moin leute herzlich willkommen wieder zurück auf nf matchmap im matchmap krimi ja der uwe braucht ja auch mal wieder eine folge matchmap ich habe gesagt der kanal ist im moment ein bisschen ruhiger dazu stehe ich auch noch aber ich passe eben auf nicht dass der ego würde begeistern da kann man nicht fahren aber wir spielen jetzt erstmal auf dem nächsten engen tag ich habe eine mission drin die kann ich nicht abschließen ich bin mir überhaupt sicher wir haben die schon abschließen hey guck mal kann ich nicht abschließen davon eine ganze menge so wir können leider nicht weiterfahren es läuft 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 gut dass ich aber diesmal aufgepasst habe und nicht direkt weil es wieder versammelt wird so du kannst mir eben hier warten wir müssen nach oben gehen wir müssen nach oben gehen mal hier abschließen kommt jetzt jede menge raus was wir jetzt jetzt hier nächsten langsam angehen wir sind so stark irgendwie müssen wir ja auch mal voran kommen wenn wir diese umgedümpel mit nichts und wieder nichts ist ja auch nicht so schön boah leute ey so ist das ne ich kann mich immer noch ergen dass mein kühlschrank in popo gegangen ist das alte scheiße das war schwer sucht du den mal allein die treppe runter dann brauchst du das nicht nur hier sondern auch hier weißt du das ist nicht immer so schön aber jetzt ist das ding ja auch unten man kann draußen vor sich hingammeln bis der sperrmüll kommt ne oh du scheiße Gott sei Dank Gott sei Dank so was ist denn jetzt hier vorne sag mal kannst du jetzt nutzen ne da bist du richtig gut gewesen so wohin möchtest du jetzt füttern irgendwie habe ich mit dieser stelle manchmal probleme ne mach mal um ihr hat sie nicht immer so mit füttern das ist bei diesen ställen ganz komisch wir sind einfach mit die besten stelle ne ich sag nicht die sind nur voll oder so was habe ich gesagt nicht da füttert er schon mal achso wir wollten hier oooooh heiliges Blechle die Mokwi Guck mal Bollen pressen Vertrag akzeptieren ne sehen machen wir gerade noch nicht Unkrautbekämpfung haben wir auch gerade nicht so Bock drauf was bist du denn hier das werden wir dann mal später noch mit dem Angriff nehmen das ist jetzt schicka ne wenn äh ok die können wir schon mal beide annehmen Vertrag akzeptieren Vertrag akzeptieren alles klar das läuft schon Flügen nehmen wir natürlich an Vertrag akzeptieren wie mit Striegel wieder ne Feld 73 Leine äh ne das ist mein JCB Ringdingding ne Flügen haben wir jetzt braucht man nicht so er ist Bollenfunk äh meh schicka haben wir kein Gewicht dran ne ne wo sind denn meine Mäh da sind meine Mähwecke wir machen Silage und freuen uns des Lebens denn wir machen Silage denn wir machen Silage und jetzt ist keiner mehr da haha Schickram ey kalten Humor muss auch mal sagen so was meinst du Silage oder so können wir ich könnte jetzt erst die Lage nehmen ne dann können wir dann nicht schon mal pressen immer Strange Z so ne Strange Z Svenja Strange Z hat immer Vorteile so sag mal ach ne das wollen wir gehen hier ist Cape man äh Feld 3 Feld 3 Feld 3 raus fien hm schickern wie soll er die boyen hier vorne alle den bierenpflückern die für die die mal so thema fluchen check ich könnte ja sonst verpassen oder ja das wäre ja dann nicht ich immer du warst doch hier fertig warum willst du hier immer noch weiter habe ich dir aus dem rechten augenwinkel gesehen dass du hier für dich bist ach guck mal die mission ist weggegangen das ist ein lobigen wenn ich eben mehr verträge gehabt haben wir nur so ein porten genommen stimmt 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 dann fährst du ihm nur feld 4 dünnen in der gegend ist auch gleich andere wo stehen wir eigentlich wir sind wie du müssen zu feld 4 der formel ist hier in der mitte dünner und dann fährst du feld 4 und du bist leer das ist nicht gut wir machen eben eine mische dass hier der laden läuft was ist hier eigentlich mit mist vor sich wir haben mist könnten wir ins zielgebiet heizen brauchen wir damit ganz mehr so probleme von machen weißt du hola compadres mach mal er start drück mal er hier brauchen wir jetzt nicht er noch mal die loge rollen mich wohnt eine frage ne und ich weiß auch nicht wie man die stellt ne ich könnte es wenn ich ja mal die kanalmitgliedschaften rein machen ne auf den youtube kanal hier wäre jetzt mal ganz ehrlich ich hab letztens auch schon mal die jungs gefragt ne was würdet ihr euch vorstellt um überhaupt ne kanalmitgliedschaft abzuschließen ich hab da echt keinen plan von ich weiß nicht was man damit reinnehmen soll ich hab letztens schon mal überlegt aber irgendwie ich hab keinen plan was soll man denn da machen was würdet ihr ja wie soll man das formulieren haben wollen dass sie eine kanalmitgliedschaft abschließt oder was für vorschläge habt ihr dafür wenn ja schreibt mir das bitte mal in die kommentare würde mich mal interessieren ich hab diese funktion schon ein bisschen länger aber ich hab sie noch nie irgendwie genutzt weil ich auch keinen plan habe was würdest du denn machen soll man let's play machen was was nur die kanalmitglieder gucken können oder ich weiß auch nicht ich könnte auch sagen ihr kriegt mal eine grafikeinstellung als kanalmitglieder aber ich hab keinen plan ich bin ganz ehrlich 4500 2473 ok ich bin echt überfragt weil ich da keinen plan habe so alle smileys da reinmachen ey da hab ich keinen bock drauf weißt du oder damit du da so einen smiley kriegst nee das wird finde ich dumm ich fände das dumm ne das ist meine meine wie soll ich das smileys machen ach kein plan Leute ey ich hab mich da auch nur nicht so mit beschäftigt erst mal müsste man überhaupt die frage klären und wie da überhaupt bock drauf hat und wie und was ich muss noch mal nachher nochmal mit den jungs reden aber ich wollte jetzt eben eine Folge matchmap machen für Uwe weil dann ist für mich auch erstmal mit LS heute Feierabend ich hab nämlich grad noch Marsch gemacht nf morsch ja und heute mache ich mal nicht so lange ne da ist noch wasser drin der macht ja erstmal leer hier ich kann doch mal nicht voll du ich hab noch nicht mal auf die Flächen geguckt nicht schon was bei uns in der Erntung ja stimmt wir müssen Zuckerrüben ernten ne Zuckerrübkes können wir ernten bei uns ne das läuft ja das läuft ja boah jetzt bin ich mal leer du Zuckerrübkes ja den mob für den aber dann müssen wir uns achso ich hab die dünge müssen wir müssen uns erst so ein Moped mieten ne hier mit dem kleinen Fifi eben über die Korte heizen hier so ein bisschen Dünger durch die Gegend heizen jao guck lecker ich komm da gleich hin das freut mich dass du da bist vielleicht hast du ja Bock da so ein bisschen was zu machen du weißt du nicht ja der Vorstruck ist auch ja bei der Einkaufsstation wirst du immer kommen oh das wird teuer das wird teuer das wird dür nix passiert das gesehen wie elegant ich das abgefangen hab du bleib mal kurz hier stehen ne ey sieh doch sag mal haben wir hier schon Feld 3 irgendwie mal gemäht sicher ne hier guck mal ja das Laden aktivieren so erster Wegpunkt gib Schubrakete erster Wegpunkt nicht letzter Wegpunkt gut sag mal wie willst du denn noch ja da hab ein bisschen PS unter der Haube da musst dich dran gewöhnen du ich schalte durch ich hab gar keine Gänge ne das ist auch schon wieder so ein typischer Svenni ey da wir da im Moment noch nicht so viel äh irgendwas Torben von wenn wir den auch eben aufladen und ins Zielgebiet fahren ne das läuft er ist hier man mach mal voll das schickere Haube das kostet wieder richtig Kohle ey gut du solltest Feld 4 hab ich gesagt ne bevor wir eben Feld 4 gehen wir müssen den Ufer einholen aber nicht für eine Spielstunde ne ich hab's euch nicht getrocknet hat's euch auch schon aufgefallen mir auch so das war richtig teuer man ich muss eine Missplatte mitnehmen das läuft hier jetzt mal ja wie ist es mit der Gülle lohnt es schon oder wat ne ok lohnt man nicht an sich's noch ich hab' gesagt vor meine erste Milchfläche kannst du Mist wegbringen Und dann läuft der Lorden, haben sie gesagt. Hast du gehört? Dieses Mö. Nee. Haben sie gesagt. Nee, lohnt nicht. Ja, sauer verdiente Milch. Jetzt kommt die hier rein, ins Fässchen. Siehste? Ihr macht schon mal. Das lohnt gar nicht. Das lohnt nicht, damit loszufahren. Das lohnt wirklich nicht, damit los. Ja, das lohnt damit, gegen den Baum zu fahren. Komm, bring die Schuze weg. Was erledigt ist, ist erledigt. Das ist aber so 2, ne? Ziehbereit. Guck mal, wie schwarz das finde. Zieh, brauchen 2. Eins ist kein Mist, ne? So, jetzt sind wir natürlich Pleute. Und wir müssen Zuckerrüben ernten, ne? Da soll eigentlich die Presse hinter, ne? Nee, der geht nicht. Mach mal ab, den Hobel. Wir haben hier nur noch 4 Schlepper. 3,5. Den anderen habe ich hier weggetan. Der ging mir sowas von auf den Kegels. Mochte ich nicht mit vorne, deswegen. Und wir haben hier nur noch so ein paar Schleppers. Aber die reichen, ne? Da kannst du mit arbeiten, weißt du? Das ist schon mal ganz tutti. So ein Pflug, hier. Hey, es fällt klar, ey, wir kommen. Fällt 3, hab ich gesagt, ne? Jetzt mal sehen, wie verstrahlt ich bin. Ach, sie werden so schnell begrüßen und fahren sie einfach alleine. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erst mal danke fürs zu gucken, wie sie hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Bäumchen freuen. Bin ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, geht auf den Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen. Und dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.